So, hey Kinder, was geht denn bei euch ab, Junge? Willkommen zu einer weiteren Runde Counter-Strike GO. Wir spielen Season. Ich habe gerade eben schon eine kleine Aufnahme gemacht, aber da musste ich direkt liefen. Alle haben wie Behinderte rumgeschrien. Alles Russen, was jetzt nicht zu heißen haben soll, aber alles Russen. Ich bin gespannt, wie man diese Kevins muten kann. Das wird ja lustig mit Labertaschen, oh mein Gott. So, hey, ich bin schon ein Jahre alt, ja? Oh, okay. Season sieht ja auch krank aus. So, den überraschen wir jetzt. Bombe leakt. Bombe leakt. Blöd. Der eine wird den Klatsch machen. Er wird den Klatsch machen. So. Das wird. Ich klatsch schon alle, Jung. Ah. Oh, war knapp. Fick die Kacke, da kommen sie um die Ecke. Lol. Das war natürlich knapp, Kinder. Okay, ich habe... Fuck, wo habe ich meine... Ich weiß nicht genau, wo... Ich habe mir irgendwo noch eine P90-beziehungsweise Beißen-Klasse gemacht. Oder der und der war. La 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 la. Ich komme mit dieser Optik von Season nicht so richtig zurecht. Das sieht zu schön aus, um wahr zu sein. Ähm, wir sind welche auch. Oh, aber nicht nur ein paar, mein Freund. Okay, könnte mal... Oh, fuck, ey. Ich habe es gerade nicht gebacken bekommen mit diesem Scheiß-Loch in dem ich saß. Hier sind diese Scheiß-Löcher. Ey, wie die Map... Wo ist denn dieser Gang, der unten lang geht? Das war dieser Gang, wo wir durchgegangen sind. Ähm, jetzt langsam kommen die Erinnerungen halt von der Map, ne? Hier geht es dann irgendwo hoch. Hier geht es... Wo ist denn dieser... Diese Tür? Hier. Die kann man aber nicht durch hier, oder? Was ist das? Nein. Oh Gott, sind das Türen? Dann breche ich aber gleich zusammen, wenn die Türen sind. Hahaha. Oh Gott, geht es zu, Tür? Scheiße. Tür geht nicht zu, Mann. Wir gehen jetzt auf A. Plant it doch auf A, bitte. Oh, scheiß die Wand dann. Was macht denn die Bombe? Warum liegt die Bombe denn noch nicht? Also die erste Runde, äh... Ne, war eigentlich meine Schuld. Aber der Rest? Auch nicht. Ja? Na, Kinder, nochmal... Na, komm zurück. Wo ist denn dieser Zwischengang? Hier oben. Man kann reinlaufen noch. Gott, ist das groß gebaut hier. Warte mal, da auch durchbollern. Ah, jo. Oh, wisst ihr was? A sieht frei aus. Oh, scheiß die Wand dann. Ich hab die Kugel gerochen. Oh, ich hab die Kugel gerochen. So. Fuck. Zu zweit, zu zweit. Oh, von allen Seiten dann. Achso, der andere ist auch tot gewesen, der da hinten. Ich wusste nicht, wohin ich gehen soll. Ob ich jetzt runter in diese verfickte Kacke gehen soll? Kinder. Bitte. Wow, das klappt ja super hier. Scheiße. Die Wand dann. Es ist niemand da. Ich bin alleine auf B. Okay, okay, okay. Ich hätte vielleicht mit den anderen auf A gehen können. Die sind ja immerhin alle A gegangen. Aber ich schreibe B-Rush. Einer schreibt, okay, wir laufen los. Ich richte auch nichts, höch. Das Schlimmste an den Runden hier finde ich, dass es keinen Seitenwechsel gibt. Also man hat wirklich dann die... Wenn man eine Map hat, die einfach, ähm, ne? Ne T-Schwäche, beziehungsweise C-T-Schwäche hat, dann ist das, ähm, doch kacke. Dann gehen wir nochmal an A, alle mit. Es kommen zwei mit. Okay, kommt der Rest auch natürlich wieder nicht. What the fuck is there at last? Man kann hier außen auch lang. Seht ihr, auf A ist schon einer. Der ist gelegt. Da ist ein Mate. Ah, bei der Mitte war was. Nein, nein, nein. Okay. Er wurde gefickt. So. Wollen wir sehen, wie man das macht. Fuck, aber hinter Mist, glaube ich, einer hat Kinder. Er macht das, gell? Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Okay, ich blende. Ihr deckt mich. Los. Hervorragend. Komm mit, komm mit, komm mit. Oh Gott, sind es noch viele. Oh man, er hat im Smoke defused. Ah, fuchst mich das gerade. Das ist wieder eine Loose-Runde. Ich habe, glaube ich, erst ein einziges Mal gewonnen. Immerhin bin ich meistens Platz 1. Der erste Mal den Verlierer. Aber das bringt mir auch nichts, punkte Technik. Aber ihr müsst zugeben, so ein paar Manöver von mir sind schon ziemlich fett. Das kann man nicht sagen, egal. Unsere Bombe ist alleine auf B. Und jetzt ist sie tot. Komm mit, und da steht einer. Ich werde jetzt übrigens immer eine Runde pro Folge halten, weil... Ihr habt ja die letzten zwei Folgen gesehen. Das ist ohne Problem mal 9 Minuten lang. Geschnitten, 9 Minuten lang. Also von daher kann man da, glaube ich, nicht meckern. Fuchst mich das. Fuchst mich das. Also zwei, drei Runden Jungs haben wir jetzt aber wegen euch verkackst. Ich meine es auch nicht, B. Wow, thanks, bro. Was ist das? Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Zumindest in den Arm. Ich habe einen Case. Ich spiele schon über 30 Runden lang und habe keine einzige Case bekommen. Kinder, Kinder, ich habe mir auf, ich habe Kistel gewonnen. Ich glaube, das war jetzt vielleicht eine sehr kurze Runde, aber trotzdem werde ich hier einen Schnitt machen. Und das einzeln lassen, glaube ich. Die nächste Runde findet auf Zoom statt. Ich kenne die Map nicht. Ich freue mich schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.